Yo Leute, was geht ab? Heute mal mit anderem Licht am Steakten. Nein, wir haben einfach nur von den Softboxen die Planen abgenommen. Wer es noch nicht gesehen hat in der Kanalbeschreibung, das Video gibt es immer wöchentlich am Montag. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß. Rutsch. Kinder früher vs. heute. Weihnachten früher. Endlich wieder Weihnachten. Jetzt kommt die schmucken, schöne Sterne und einer nur hier hin. Weihnachten ist da. Weihnachten heute. Oh, kein Bock auf Weihnachten, halt. Immer dieser Weihnachtsstress, dass man eine Kinder machen. Immer diesen Weihnachtsbaum schmücken und der ganze Spieß. Heißt, da ist eine Stinke in meiner Fresse. Und in den ganzen Klamotten sind mir auch scheißegal, Alter. Weihnachten mit Freundin heute. Noch ein bisschen abklopfen. Entspannen. Einrauchen. Spielen früher. Endlich Spielezeit. Say. Puh. Kunnen那我們 Prince gemacht. Kann ja im rapus einen guter Gesamh vonONG. Spielen heute. Oh, Mann. Ohei. Hehehehe. неспiezorrow и плачутת сейчас по вызみ Schule Zu spät kommen Früher Der Unterricht hat nun angefangen Wo ist Egon? Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Meine Bahn hat's nicht verfahren, Herr Lehrer Zu spät kommen heute Ich teile euch gleich mal ein paar Arbeitsplätze aus Achter Egon! Hallo Ruhe bitte Hi Hallo Ihr bleibt sitzen Früher Der Test Heute Schüler, wir schreiben heute den angekündigten Mathetest Was soll denn das sein? Und für dich Dankeschön Kannst noch zwei passen Danke, Herr Lehrer Ich lass euch jetzt allein Viel Glück Ich hol mir jetzt einen Kaffee Das ist ein 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 Kaffee Wir führen dieses Thema jetzt noch zu Ende Das ist ein Kaffee Das ist ein Kaffee Das ist ein Kaffee Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Herr Lehrer Mobben früher das ist ein Kaffee das ist ein Kaffee Das ist ein Kaffee Das ist ein Kaffee Und wie ist das eine Kaffee auf toilette gehen früher in der rechtschreibung seid ihr nun schon recht fortgeschritten wir beschäftigen uns heute mit dem thema dati in der juli go dürfte ich vielleicht was willst du mir dürfte ich mich eventuell zur toilette bewegen wir beschäftigen uns jetzt mit dem dativ auf toilette gehen heute aber jetzt soweit mit dem was ich machen wollte durch sind fangen wir logischerweise wieder ganz vorne bei der stein sei dank etwa 2000 vor christus lässt du mich bitte meinen gedanken noch kurz vorhanden ja danke ja wie gesagt es war das ist hallo zu hören nein warten sie gern ich gebe ihnen jetzt kurz noch arbeitsblätter nicht zu zweit warum denn dach zu sitzen bleiben outtakes so und da wir jetzt so weit mit dem mauerballon mauerbau wir haben gar nicht entschieden was wir überhaupt sagen noch mal stellung stellung Warte, stopp. Okay, go. Sechst, ey! Yo Leute, das war's mit dem Video. Wir hatten ganz viel Spaß beim Drehen und ich hoffe, es hat euch genauso gef... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die mitgewirkt haben. Link zu deren Insta-Kanälen unten in der Beschreibung. Lasst auf jeden Fall positive Bewertungen da. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es fandet. Was wollt ihr als nächstes sehen? Ah, danke, ja. Ich bedanke mich auch sehr bei der Schule, dass wir hier drehen durften. Es ist jetzt mittlerweile schon draußen dunkel und schon 10 nach 9 Uhr abends. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau! Tschau! Tschüss, peace out! Let's go! Das Ding ist... Tschau! 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 Musik 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 visits